Kapitel 3 Eine Jungfrau wird schwanger In diesem Kapitel wird gezeigt, welche Auswirkungen die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems auf die Auslegung weiterer Bibelstellen hat. Schauen wir uns die Verheißung an Hiskiahs Vater, den König Ahas an, der ebenfalls eine ungewöhnliche Zusage bekam, die auf den ersten Blick so wenig Sinn ergibt wie das Gebet Hiskiahs. Ahas war 20 Jahre alt, als er König von Judah wurde. Er herrschte 16 Jahre, bevor ihm sein Sohn Hiskiah auf dem Thron folgte. Während der Regierungszeit des Ahas verbündeten sich die Syrer unter ihrem König Rezin und das Nordreich Israels unter ihrem König Pekach miteinander und belagerten von 734 bis 732 v. Chr. die Stadt Jerusalem. Dies nennt man den Syro-Ephraimitischen Krieg. Während dieser Belagerung war, neben den Bürgern Jerusalems und dem König Ahas, auch Jesaja in der Stadt anwesend. Als Ahas von der Belagerung hört, bekommen er und ganz Jerusalem Angst. Da schickt Gott Jesaja mit der Botschaft zu ihm, dass Ahas sich nicht fürchten solle, weil Gott nicht zulassen werde, dass Jerusalem eingenommen wird. Zur Bestätigung seiner Worte gestattete Gott Ahas, sich ein Zeichen zu fordern, mit dem er ihm seine Absicht zuverlässig beglaubigen wollte. Als Ahas aus vollcher Bescheidenheit kein Zeichen fordert, gibt Gott durch Jesaja voller Unmut über Ahas, diesem schließlich selbst ein Zeichen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Diese Stelle wird von Matthäus als alttestamentliche Vorhersage für die Jungfrauengeburt Marias zitiert. Sie ist ein wunderbarer Beweis für die Inspiration alttestamentlicher Texte. Dennoch stellen sich einige unüberwindbare Fragen, wenn wir den Text in Jesaja 7 genau betrachten. Sind zur Geburtszeit Jesu Syrien und Israels Nordreich durch Assyrien verödet worden, wie das diese Bibelstelle sagt? Nein. War das Land Israel zur Geburtszeit Jesu derart entvölkert, dass Butter und Honig im Überfluss vorhanden waren? Nein. Konnte die ferne Erfüllung dieses Zeichens durch die Jungfrauengeburt Marias überhaupt glaubensstärkend für Ahas sein im Jahr 733? Nein. Falls mit Immanuel allein Christus gemeint ist, musste der Sohn Gottes erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Nein. Selbst wenn es auf die letzte Frage in Bezug auf Christus wahrscheinlich keine letztgültige Antwort gibt, bleiben doch die Unklarheiten der anderen bestehen. Wurden zur Zeit der Kindheit Jesu Syrien oder Samaria von Assyrien erobert und zerstört? Nein. War das Land damals entvölkert? Nein. Und was für unsere Betrachtung noch wichtiger ist, konnte diese Art von Zeichen, also die Jungfrauengeburt Marias, für Ahas im 8. Jahrhundert vor Christus eine Hilfe sein? Sehr wahrscheinlich nicht, weil die Erfüllung ja erst viele Jahrhunderte später eintraf. Schofield hat von dieser Diskrepanz gewusst und versucht sie in seinen Anmerkungen zu Jesaja 7 zu erklären. Er schreibt, An dieser Sicht der beständigen Prophezeiung, Verzeihung ist an sich nichts auszusetzen. Aber die Tatsache, dass mit diesen Worten das ganze Haus Davids gemeint sei, beantwortet nicht die Frage nach dem Sinn einer solchen Aussage Gottes an und für Ahas. Dennoch sehen wir, dass auch Schofield diese Diskrepanz aufgefallen ist und er versucht hat, einen Lösungsansatz zu finden, der aber nicht abschließend stichhaltig und belastbar ist. Im Zusammenhang dessen, was wir über die Wiedergeburt Jerusalems finden dürften, erhellen sich die Verse. Gehen wir der Sache einmal nach. Kapitel 3.1 der Bibeltext Schauen wir uns den Bibeltext in Jesaja 7 Vers für Vers an. Vers 1 Erläuterung Zur Zeit des Königs Ahas machte Ephraim, das Nordreich Israels, unter Pekach, einen Bund mit Aram, Syrien, unter Rezin, gegen Judah, das Südreich Israels, um dort einen ihnen gefälligen Herrscher, einen ansonsten in der Bibel nicht erwähnten, Sohn Tabeals, siehe Vers 6, einzusetzen. Das Assyrische Weltreich dehnte sich so erfolgreich auch nach Süden aus, dass Aram, also Syrien, gemeinsam mit Ephraim und weiteren Staaten einen Bund gegen Assyrien schloss. Diesem Bündnis sollte Judah beitreten. Ahas lehnte dies aber ab und versuchte Assyrien für sich und gegen Aram zu gewinnen. Dies führte zum Bruch zwischen Judah einerseits und Aram und Ephraim andererseits. Letztere wollten daraufhin Ahas stürzen und einen ihnen angenehmen Regenten einsetzen. Judah zahlte für die Unterstützung Assyriens gegen Aram und Ephraim hohen Tribut. Aber letztendlich hat Assyrien auch Judah nicht verschont. Vers 2 bis Vers 9 Da wurde dem Haus David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, Geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teichs, an der Straße beim Acker des Walkers und sprichst zu ihm, Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Judah und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Erläuterung Als der König Ahas und das Haus David hören, dass sich die Aramäer in Ephraim gelagert haben, erschrecken sie zutiefst. Jesaja hat einen Sohn, dessen Name Shea-Jashub bedeutet, ein Überrest wird umkehren. Auf die Bedeutung dieses Namens kommen wir später noch zurück. Gott lässt Ahas durch Jesaja ausrichten, dass der Angreifer nicht in Jerusalem einmarschieren wird. Vers 10 bis 12 Aber Ahas sprach, Ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Erläuterung Gott redet hier zu Ahas und erlaubt ihm, sich ein Zeichen zu fordern. Aber Ahas lehnt aus falscher Bescheidenheit ab. Jetzt war der Augenblick, in dem Ahas von Gott fordern durfte, aber er erkannte weder Zeit noch Verheißung. Vers 13 bis Vers 15 Erläuterung Jesaja tadelt Ahas hart und jetzt gibt Gott selbst ihm ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den sie Immanuel nennen wird. Dieses Zeichen ist laut Matthäus 1, Vers 22 und 23 aber erst mit der Geburt Jesu in Erfüllung gegangen. Dennoch müssen wir einige Fragen zu diesem Zeichen stellen. Konnte die Ankündigung der Geburt Jesu, die erst viele Jahrhunderte später geschah, überhaupt ein Zeichen für Ahas in seiner Situation und Zeit sein? Wurden Samaria und Syrien zur Zeit Jesu durch Assyrien verwüstet und zerstört? Musste Jesus erst lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden? Alle diese Fragen können nur mit Nein beantwortet werden. Außerdem hieß Jesus nicht Immanuel und auch die Bedeutung der beiden Namen ist unterschiedlich. Denn Jesus bedeutet, der Herr ist Heil oder Rettung, während Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Vers 16 bis Vers 20 Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königinnen dir graut, also Ephraim und Syrien. Vers 17 Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Judah schied, nämlich durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Land Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch ein Schermesser, das geliehen ist, jenseits des Stroms, durch den König von Assyrien. Erläuterung Bevor der Knabe lernt, Gutes und Böses zu unterscheiden, werden die beiden Länder Rezins und Pekachs, also Syrien und Ephraim, vom assyrischen König verwüstet sein. Denn wegen der Gottlosigkeit des Volkes wird Gott den assyrischen König schicken, um alle Länder zu erobern und auch Aram, Ephraim und Judah zu belagern, zu besetzen und schließlich zu deportieren. Vers 21 bis Vers 25 Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt tausend Weinstücke stehen, tausend Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss, denn im ganzen Land werden Dornen und Disteln sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behacken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Erläuterung Hier wird der Zustand eines verlassenen und verödeten Landes nach der Deportation seiner Einwohner gezeichnet, menschenleer, mit verunkrauteten und verwüsteten Weinbergen. Dornen und Disteln wachsen im ganzen Land, weil die Äcker nicht mehr bebaut werden. Und die wenigen Menschen, die im Land übrig bleiben, haben selbst aus dem Wenigen, das ihnen bleibt, Milch und Honig im Überfluss. Aber was bedeutet das alles? Und wie soll man die Verse verstehen? Kapitel 3.2 Auslegung Heute übliche Auslegungen zu dieser Bibelstelle in Jesaja 7 sind nur wenig befriedigend. Sie werden der Tragweite der Bibelstelle nicht gerecht und können die Widersprüche nicht abschließend erklären. Aber wie sollen wir die Zeilen deuten? Die Kenntnis von einer zukünftigen Wiedergeburt Jerusalems lässt eine zweite, noch zukünftige Erfüllung dieser Prophetie zu, die am Ende der neutestamentlichen Gemeindezeit liegt und über die bisher üblichen Auslegungen und Erklärungen hinausreicht. Diese endzeitliche Erfüllung wollen wir uns im Folgenden noch genauer anschauen, denn sie passt zu allen im Bibeltext enthaltenen Aussagen. Denn die zweite und eigentliche Erfüllung von Jesaja 7 liegt auch heute noch in der Zukunft. Jesu Geburt war nach Matthäus 1 eine Vorerfüllung. Die zweite und eigentliche Erfüllung wird erst gegen Ende der Gemeindezeit kommen, wenn Jerusalem wiedergeboren wird und an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus findet. Zu der Zeit werden sich die Ereignisse, die in 2. Könige 18 und 19 und in Jesaja 7 beschrieben sind, nahezu identisch wiederholen. Denn der moderne Staat Israel wird in einen Krieg kommen, belagert und erobert werden. Nur Jerusalem bleibt übrig und wird ebenfalls belagert werden. Bei dieser Belagerung wird die Stadt aber nicht eingenommen werden, sondern die Schrecken dieser Belagerung führen zu den Wehen und schließlich zur Wiedergeburt der Stadt Jerusalem an einem bestimmten Tag. Die Stadt findet also an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus. Danach zieht der Belagerer wieder ab, aber er deportiert die Einwohner des modernen Israels, so dass das ganze Land verödet. Jerusalem bleibt dann allein übrig wie eine Hütte im Weinberg. Der Knabe, der dann geboren wird, ist nicht Jesus, sondern Immanuel, der wiedergeborene Überrest, nämlich das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem. Diese gehören dann auch zur neutestamentlichen Gemeinde. Sie gehören zum Leib Christi und sind somit, und das ist ein sehr großes Geheimnis, Immanuel, denn Gott ist mit ihnen. Gott wird mit ihnen sein in Christus. Jetzt wird auch verständlich, warum Jesaja seinen Sohn Shea-Jashub ein Überrest wird umkehren nannte. Der Name hat eine prophetische Bedeutung, denn buchstäblich wird nur ein Überrest Israels, das ist die Stadt Jerusalem, an einem Tag und in großer Not zu Jesus Christus, Gottes Sohn, umkehren. Die Wiedergeburt, die hier in Jesaja 7 angekündigt wird, eine Jungfrau wird schwanger, erlebt Jerusalem die Tochter Zion, der niemand mehr eine Geburt zutraut, und zwar in der Endzeit, wenn sie noch einmal ein Kind der Verheißung gebiert. Die Jungfrau, die schwanger ist, ist nicht Maria, nicht die Frau Jesajas, und auch nicht die Frau des Ahas, sondern es ist die Tochter Zion selbst. Jerusalem selbst ist dann schwanger und gebiert, wie sie dies bereits zu Pfingsten vor 2000 Jahren schon einmal getan hat. Auch das Pfingsten vor 2000 Jahren ist also eine Vorerfüllung für ein Ereignis, das noch auf seine vollständige Erfüllung wartet. Dennoch kann man aus Jesaja 7 ableiten, welch enge Beziehungen zwischen Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria und dem wiedergeborenen Überrest in Jerusalem, geboren von der Tochter Zion, besteht. Denn die Verse in Jesaja 7 werden auf beide, Jesus und seine Gemeinde, nahezu austauschbar angewendet. Dies bestätigt wiederum Aussagen des Paulus, der Christus als das Haupt der Gemeinde und die Gläubigen als den Leib Christi beschreibt. Hier also eine unteilbare Einheit erkennt, wie auch Jesus das im hohen priesterlichen Gebet äußert. Die Prophetie in Jesaja 7 bestätigt also die paulinische Sicht, dass Christus und die Gemeinde Haupt und Glieder sind, in einer geradezu erschütternden Deutlichkeit. Gottes Wort ist wahr. Kapitel 3.3 Die Verheißung an Ahas Die Verheißung Gottes an Ahas war eine prophetische Verheißung. Für Ahas zu seiner Zeit war sie unverständlich. Er konnte diese Verheißung in seiner Situation nicht verstehen und sollte es auch gar nicht. Denn Gott gab die Verheißung an ihn im Zorn. Das heißt, Gott gab Ahas zwar eine Verheißung, aber nur deshalb, weil die damalige Konstellation in prophetischer und heilsgeschichtlicher Hinsicht so außerordentlich wichtig war. Ahas erhielt keine Verheißung, die er hätte verstehen können, weil er ein gottloser und unverständiger Mensch und König war und die Gnade des Augenblicks nicht erkannte. Hier liegen also Licht und Finsternis sehr eng beieinander und es drängt sich geradezu die Frage auf, ob wir heute die Verheißung an Ahas verstehen können. Kapitel 3.4 Ein Szenario zur Verdeutlichung Stellen wir uns vor, die Belagerung aus Jesaja 7 würde sich heute wiederholen. Versetzen wir uns in die Lage derer, die dann in Jerusalem von einem Heer aus Aram, also aus Syrien, belagert werden. Diese Belagerten werden sich dann fragen, bricht der Belagerer in die Stadt ein oder nicht? Sie werden dann ein Zeichen von Gott und zwar unmittelbar aus dem Wort Gottes aus der Bibel bekommen können und zwar aus Jesaja 7. Denn eine Jungfrau, das ist Zion, wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Dieser Sohn, dieser Immanuel, sind sie selbst, sie, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Sie erleben die Geburt am eigenen Leib und finden die unmittelbare Bestätigung ihrer Situation im Lesen von Jesaja 7, also in einem lebendigen Wort, das unmittelbar zu ihnen in ihre Situation hineinspricht. Nun bekommen die geheimnisvollen Verse aus Jesaja 7 Sinn. Die Bürger in Jerusalem werden am Ende der Gemeindezeit eine ganz ähnliche Belagerung miterleben, wie sie zur Zeit des Königs Ahas war. Und sie werden erleben, wie die ganze Stadt Jerusalem, sie selbst also, durch den Schrecken der Belagerung an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus finden. Denn Jerusalem kommt in Not, Schwangerschaft und in Geburtswehen und gebiert schließlich Immanuel. Das ist das Zeichen Gottes an seine Stadt. Wenn Jerusalem die Tochter Zion geboren hat, wenn alle Einwohner Jerusalems wiedergeboren wurden, ist Gott mit ihnen. Das ist die Bedeutung von Immanuel. Und der Belagerer muss unverrichteter Dinge wieder abziehen. Er deportiert die Einwohner Judas und Israels, aber er verschont Jerusalem. Für die wiedergeborenen Menschen, die zu dieser Zeit in Jerusalem wohnen und sich ängstigen, wird das Wort aus Jesaja 7 ganz im Gegensatz zu Ahas ein sehr, sehr konkretes Zeichen und eine große Glaubensstärkung sein. Nun verstehen wir die Bibelstelle der Verheißung an Ahas und wissen mehr als Scoffil zu seiner Zeit. Kapitel 3.5 Beantwortung offener Fragen Damit sind wir jetzt auch in der Lage, die anfangs gestellten und noch unbeantworteten Fragen zu behandeln. Werden Samaria und Syrien verwüstet und zerstört werden, wenn die Belagerung Jerusalems in der Endzeit kommen wird? Ja, ganz offensichtlich, denn in der Endzeit werden die gleichen politischen Strukturen im Nahen Osten entstehen wie in der Antike. Es wird sich das wiederholen, was zur Zeit Hiskias und des Königs Ahas geschah. Oder anders ausgedrückt, es wird sich das erfüllen, was zur Zeit Hiskias und Ahas verheißen wurde und die Bibel wird sich Wort für Wort erfüllen. Das ist das Lebendige am Wort Gottes und das ist tatsächlich göttliche Inspiration. Denn die hier gezogenen Linien können nicht aus menschlicher Weisheit und menschlichem Willen entstanden und aufgeschrieben worden sein. Es ist und bleibt das lebendige, wahrhaftige und von Gott inspirierte Wort Gottes. Diese Zuverlässigkeit und die Lebendigkeit des Wortes Gottes deutlich zu machen, ist eines der wichtigsten Ziele dieses Buches. Kapitel 3.6 Jesus und der Immanuel Oben hatten wir gefragt, ob Jesus lernen musste, Gutes und Böses zu unterscheiden. Nein. Aber die, die zukünftig zum Glauben besser zur Wiedergeburt gelangten Menschen in Jerusalem werden dies lernen müssen. Ganz genau so, wie wir Gläubige aus den Nationen dies auch lernen mussten und müssen, wenn wir zum Glauben finden. Die Ankündigung der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem war zwar kein Zeichen an Ahas und sollte dies auch gar nicht sein. Sie wird aber ganz sicher ein Zeichen für die der einst in Jerusalem lebenden Menschen sein, denn sie werden es selbst erleben, wie die ganze Stadt an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt und der Angreifer zunächst wieder abzieht. Wo wir das jetzt alles wissen, sei noch einmal daran erinnert, dass der Immanuel sowohl für Jesus Christus als auch für die Gemeinde verwendet wird. Denn die wiedergeborenen Menschen in der Endzeit in Jerusalem gehören zur Gemeinde Jesu Christi genauso wie wir auch, ja sogar noch mehr, denn ihnen ist ja die Verheißung geschehen, dass sie in der Endzeit wiedergeboren werden würden. Also wird diese Bezeichnung Immanuel sowohl für Jesus Christus als auch für die Gemeinde Jesu verwendet. Ja, es gilt gleichzeitig für beide, so als ob sie eins wären. Und genau das schreibt ja auch Paulus, wenn er von der Leibesgemeinde Jesu Christi sagt, dass Christus das Haupt ist und die, die an ihn glauben, der Leib. Beide sind also Immanuel mit dem kleinen Unterschied, dass Jesus Christus nicht erst lernen musste, Gutes und Böses zu unterscheiden. Nun passt alles zusammen. Wie wunderbar, wenn das Scofield wüsste. Kapitel 3.7 Zusammenfassung und Ausblick Matthäus nimmt in Kapitel 1 Vers 22 und folgende Bezug auf Jesaja 7. Aber wir müssen das, was Matthäus schreibt, genau lesen. Er sagt, Matthäus sagt nicht, dass die Geburt Jesu schon die komplette Erfüllung von Jesaja 7 ist, sondern er sagt, das alles ist aber geschehen damit. Wenn wir hier ganz genau lesen, dann müssen wir sagen, dass nicht die Geburt Jesu die Erfüllung war, sondern das Gebären Marias. Das scheint zunächst abwegig zu sein oder Haarspalterei, aber schauen wir die Verse genau an. Aktiv ist nicht Immanuel, sondern die Jungfrau. Sie ist schwanger und gebiert. Immanuel hingegen wird geboren, das ist passiv. Ihm wird ein Name gegeben, das ist passiv. Natürlich geht es auch um die Geburt Jesu Christi. Das soll hier nicht bestritten werden. Aber der Schwerpunkt der Verheißung in Jesaja 7 liegt auf Maria. Denn ihre Jungfrauengeburt ist eine Erfüllung der Verheißung in Jesaja 7 an Zion. Die Jungfrauengeburt Marias war die Erfüllung vieler Prophetien aus dem Alten Testament und insbesondere auch der Prophetie in Jesaja 7. Sie war gleichzeitig eine Vorerfüllung der Jungfrauengeburt der Tochter Zion vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Ganz ähnlich wie Petrus in seiner Pfingstpredigt die Verheißung aus Joel 3 als erfüllt verkündigt und es sich gleichzeitig um eine Vorerfüllung handelt, die bei der neuerlichen Wiedergeburt der Stadt Jerusalem in der Endzeit ihre endgültige Erfüllung finden wird. Auch Jesaja 7 stützt daher die Auslegung der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem in einer außerordentlich deutlichen Art und Weise Vor dem hier beschriebenen Hintergrund ergibt die in Jesaja 7 beschriebene Verheißung an Ahas nicht nur Sinn sondern sie öffnet den Blick auf zukünftige Ereignisse und reiht sich damit nahtlos in die prophetische Sicht der Bibel ein Denn diese Wiedergeburt der Stadt Jerusalem bedeutet den Abschluss und die Vervollständigung der Leibesgemeinde Jesu Sie ist damit in vielfacher Hinsicht ein Fanal Zum Einen wird es danach nicht mehr lange dauern bis der Herr Jesus Christus wiederkommt Zum Zweiten haben wir mit diesem einen Tag der Wiedergeburt Jerusalems ein bestimmtes Datum in der endzeitlichen Einordnung Von diesem Tag aus wird man die Wiederkunft Jesu zählen können Dazu später mehr Die Tatsache dass mit diesem Tag das Ende und die Vervollständigung der Gemeinde Jesu als sein Leib stattfinden ist einzig und allein der Grund warum Gott diese Begebenheit so oft in der Bibel wiederholen lässt Dieser Tag markiert mehr oder weniger den Abschluss und die Vervollständigung der Gemeinde Jesu Kapitel 3.8 Warum Immanuel Die in der Endzeit wiedergeborenen Bürger Jerusalems haben Gott auf ihrer Seite so wie Paulus an die neutestamentliche Gemeinde schreibt ist Gott für uns wer mag wieder uns sein und deshalb ist ihr Name Immanuel Gott mit uns Da zwischen wiedergeborenen Christen aus den Nationen einerseits und Judenchristen andererseits vor Gott kein Unterschied besteht beschreibt Jesaja auch sie mit dem Namen Immanuel das heißt Gott mit uns Diesen Titel trug sowohl Jesus als auch seine Leibes Gemeinde und auch daran wird die enge Geistesverwandtschaft deutlich die insbesondere Paulus in seinen Briefen immer wieder beschreibt denn er spricht fünfmal von Christus als dem Haupt und fünfzehn Mal von der Gemeinde als seinem Leib Dass Matthäus auch Jesus als Immanuel bezeichnet wird aus dem folgenden Vers deutlich Matthäus 1 Vers 22 Das ist aber alles geschehen auf das erfüllt würde was der Herr durch den Propheten gesagt hat der da spricht siehe eine Jungfrau also Maria wird schwanger sein und einen Sohn gebären also Jesus und sie werden ihm den Namen Immanuel geben das heißt übersetzt Gott mit uns Kapitel 3.9 Irrt Matthäus in seinem Evangelium? Beim Lesen der obenstehenden Zeilen könnte unter Umständen der Eindruck entstehen der Verfasser sei nicht der gleichen Meinung wie Matthäus in seiner Auslegung aber das genaue Gegenteil ist der Fall Die mit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus und muss auch so verstanden werden Aber die Jungfrau in Geburt Marias ist nur eine erste Teilerfüllung von Jesaja 7 Denn sonst hätte Matthäus nicht lediglich Vers 14 zitiert sondern die gesamte Verheißung Er beschränkt sich aber auf Vers 14 den Teil der sich auf die junge Frau oder auf die Jungfrau also auf Maria bezieht Der Rest der Prophetie passt nicht in die Zeit Jesu und deswegen lässt Matthäus sie aus Warum aber zitiert Matthäus nur den Teil der die Jungfrau oder die junge Frau betrifft Der Grund hierfür ist folgender Maria ist ein Gleichnis auf die Tochter Zion Denn beide gebären aus dem Geist Gottes ein Kind Maria gebiert als Zion gebiert zu Pfingsten ebenfalls als Jungfrau ihr erstes Kind nämlich die Urgemeinde Zion war also Jungfrau denn es war ihre erste Geburt Paulus schreibt dann später dass die ganze Welt in Geburtswehen liegt und am Ende der Gemeindezeit gebiert Zion erneut nun aber als eine junge Frau und nicht mehr als Jungfrau denn dann wird es ihre zweite Geburt sein sowohl Jesus Christus selbst als auch die Urgemeinde als auch die Gemeinde aus den Nationen und schließlich auch der wiedergeborene Überrest in Jerusalem sind durch den Geist Gottes gezeugt und geboren worden sie alle gehören zusammen weil sie ein einziger geistlicher Organismus sind Jesus Christus und seine Gemeinde die aus Juden und aus Heiden besteht Davon schreibt Paulus wenn er Christus das Haupt und die Gemeinde seinen Leib nennt und davon spricht Jesus im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 auf dass sie alle eins seien gleich wie du Vater in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins seien weil aber Christus und seine Gemeinde derart eng miteinander verbunden sind der Immanuel benutzt Matthäus die Vorhersage der Wiedergeburt Jerusalems in Jesaja 7 in direkter Verbindung mit der Jungfrauengeburt Marias und mit der Geburt Jesu Christi der das Haupt des Leibes ist Matthäus beschränkt sich auf Vers 14 weil sich allein dieser Vers auf Maria und Zion bezieht die Jungfrauengeburt Marias war also eine erste Teilerfüllung aus Jesaja 7 Christus war der erste der diese Vorhersage erfüllte er wurde von Maria geboren einer Jungfrau so schreibt Paulus in Kolosser 1 Vers 18 er Christus welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten auf das er in allen Dingen den Vorrang habe circa 33 Jahre später gebar Zion zu Pfingsten die Urgemeinde die erste Geburt Zions dann folgten 2000 Jahre Gemeinde Jesu aus allen Völkern am Ende der Gemeindezeit dann gebiert Zion dann als junge Frau zum zweiten Mal einen Überrest in Jerusalem Matthäus sagt in Kapitel 1 folgendes das ist aber alles geschehen damit erfüllt würde was der Herr durch den Propheten gesagt hat der da spricht siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben das heißt übersetzt Gott mit uns exakt drückt er damit aus dass die Jungfrauengeburt Marias deshalb geschah damit die komplette Vorhersage in Jesaja 7 auf den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem in Erfüllung gehen konnte Das Das ist ist aber alles geschehen damit erfüllt würde Es musste also zuerst Christus von einer Jungfrau geboren werden sterben auferstehen und den Geist Gottes ausgießen bevor die neutestamentliche Gemeinde zu Pfingsten von der Tochter Zion geboren werden konnte Jesaja 7 schaut also explizit auf die endzeitliche Erfüllung nämlich auf die Wiedergeburt Zions am Ende der Tage Ohne die Geburt Christi hätte keine Wiedergeburt Jerusalems geschehen können weder zu Pfingsten damals noch in der Endzeit Kapitel 3.10 Jungfrau oder junge Frau Viele bibelkritische Geister versuchen nun die Jungfrauengeburt Marias anhand von Jesaja 7 zu widerlegen Sie behaupten dass Jesaja dort gar nicht von einer Jungfrau schreibe sondern lediglich von einer jungen Frau dazu weisen sie darauf hin dass dort nicht Betula steht sondern Alma Betula bedeutet Jungfrau Alma heißt junge Frau genauer gesagt steht im Hebräischen Ha Alma was so viel wie die junge Frau bedeutet so als ob man geradezu mit dem Finger auf sie zeigt es geht also um eine ganz bestimmte junge Frau allerdings geht es nicht wie vielfach vermutet wird um die Frau Jesajas oder die von Ahas sondern es geht um die Tochter Zion die Diskussion um Jesaja 7 und den dort verwendeten hebräischen Begriff Alma wird schon lange und zum Teil sehr hart geführt und es ist tatsächlich so dass Alma mit junge Frau übersetzt werden muss und nicht mit Jungfrau bibelkritische Ausleger glauben nun hier ein unschlagbares Argument in der Hand zu halten während viele bibeltreue Ausleger befürchten dass die Argumentation der Kritiker bezüglich des in Jesaja 7 verwendeten Wortes Alma dazu führen würde dass die neutestamentliche Lehre von der Jungfrauengeburt Marias nicht weiter aufrechterhalten werden könne aber das stimmt nicht wie aber können wir den Text verstehen zunächst ist festzustellen dass Matthäus in seinem ersten Kapitel sehr deutlich und an mehreren Stellen schreibt dass Maria eine Jungfrau war dass sie mit keinem Mann zusammen war und dass ihr Sohn unser Herr Jesus Christus vom Heiligen Geist gezeugt wurde da wir unbeirrt daran festhalten dass die Bibel in allen Teilen göttlich inspiriert ist gehen wir ebenfalls davon aus dass es sich bei der Geburt Marias tatsächlich um eine Jungfrauengeburt handelte wir tun das deshalb weil Matthäus es mehrfach deutlich bezeugt aber wie passt dann die Stelle aus Jesaja 7 zu Matthäus 1 wir haben eben gesehen dass Jesaja 7 seine endgültige Erfüllung in der Endzeit erfährt das ist für das Verständnis von Jesaja 7 und dessen Verhältnis zu Matthäus 1 äußerst wichtig wir haben tatsächlich schon zu Pfingsten vor 2000 Jahren geboren hatte davon schreibt die Apostelgeschichte das war also die erste Geburt der Tochter Zion wenn aber die Stadt in der Endzeit noch einmal Geburt erlebt dann ist das nicht mehr ihre erste Geburt und dann ist die Stadt auch keine Jungfrau mehr das ist Punkt 1 unserer Argumentation stellen wir noch eine zweite Frage Ist Israel ein junger Staat oder ein alter Staat beides Israel ist sowohl einer der ältesten Staaten der Erde als auch einer der jüngsten denn er wurde erst 1948 wieder neu gegründet das würde bedeuten dass Israel ein junger Staat ist und um im Bild zu bleiben die Tochter Zion heutzutage eine junge Frau ist aber eine Jungfrau ist Zion heute nicht mehr denn sie hat bereits zu Pfingsten vor 2000 Jahren schon ihre erste Geburt erlebt das ist ein sehr wichtiger Gedanke denn jetzt wird verständlich warum Jesaja in Kapitel 7 den Begriff junge Frau Alma verwendet hat er weist nämlich mit seiner Prophetie auf die Erfüllung in der Endzeit hin dann nämlich erlebt Zion die verheißene Geburt als junge Frau Zion gebiert also zweimal einmal als Jungfrau vor 2000 Jahren und einmal und diese Zeit meint Jesaja 7 als eine junge Frau in der Endzeit das ist der zweite Punkt unserer Argumentation es ist erstaunlich wie die Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems und die Verlagerung der Erfüllung von Jesaja 7 in die Endzeit erklärt warum Jesaja nicht den Begriff Jungfrau sondern junge Frau verwendet wir sehen jetzt dass die Jungfrauengeburt Marias hierdurch überhaupt nicht beeinträchtigt wird im Gegenteil Matthäus wusste sehr genau was er schreibt es ist meines Erachtens nicht kategorisch ausgeschlossen dass Matthäus den hebräischen Originaltext in Jesaja 7 gekannt hat denn diese Passage ist sehr wahrscheinlich auch schon von der Urgemeinde genauestens untersucht worden warum die jüdischen Übersetzer der Septuaginta die im 2. Jahrhundert vor Christus übersetzt wurde Ha Alma mit Jungfrau übersetzten erschließt sich uns nicht mehr allerdings hat Gott selbst diesen Übersetzungsfehler wenn wir ihn denn so nennen wollen für seine Heilsgeschichte verwendet wenn er ihn Matthäus mit Patenos Jungfrau zitieren lässt Gott sei Dank wissen wir von der Wiedergeburt Jerusalems so dass wir Jesaja 7 erklären und auslegen können noch einmal 1. Maria war Jungfrau und gebar ihren ersten Sohn Jesus Christus 2. Zion war ebenfalls eine Jungfrau und gebar zu Pfingsten vor 2000 Jahren ihren ersten Sohn die Urgemeinde in Jerusalem 3. Am Ende der Zeit wird Zion dann als eine junge Frau ihren zweiten Sohn gebären Zion ist dann eine junge Frau weil Israel ein junger Staat ist Hierauf nimmt Jesaja in Kapitel 7 Bezug und verwendet deshalb ganz richtig den Begriff Ha Alma nämlich die junge Frau Kapitel 3.11 Was genau hat Matthäus eigentlich gesagt? Matthäus sagt das ist aber alles geschehen auf das erfüllt würde was der Herr durch den Propheten gesagt hat Frage Was hat der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt? Antwort Dass Jerusalem die Tochter Zion am Ende der Tage als eine junge Frau den Überrest gebiert Frage Frage Was hat alles geschehen müssen damit dies möglich ist? Antwort Die Geburt Jesu Christi musste geschehen weil ohne seine Geburt seine Kreuzigung seinen Tod und seine Auferstehung der Geist Gottes nicht kommen konnte der damals Pfingsten möglich machte und ebenso die endzeitliche Wiedergeburt Jerusalems möglich machen wird Das genau ist es was Matthäus sagt Mit diesen kurzen Ausführungen möchte ich meine Aussagen zur Beziehung von Matthäus 1 und Jesaja 7 abschließen Es wird noch deutlich werden dass es sich hier um ein äußerst kompliziertes Thema handelt Dennoch dürfen wir feststellen dass uns die Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems auch bei der Auslegung dieses Sachverhalts deutlich voran bringt Kapitel 3.12 Unser aller Mutter Zwischen den oben erwähnten beiden Geburten Zions liegen ungefähr 2000 Jahre neutestamentlicher Zeit der Gemeinde Jesu aus den Nationen Wir Heidenchristen wurden und werden aber nicht in Jerusalem wiedergeboren Zu unserer Bekehrung ist es auch nicht vonnöten von einem Heer militärisch angegriffen oder belagert zu werden Wenn aber Zion nicht unsere Mutter ist, wer ist dann unsere Mutter? Paulus schreibt dazu in Galater 4, Vers 26, dass Jerusalem das Droben ist, die ist unsere aller Mutter Unsere geistliche Mutter ist also nicht das irdische, sondern das himmlische Jerusalem, das im Himmel ist und das viel mehr Kinder hat, als die, die den Mann hat Paulus geht aber weiter und zitiert im folgenden Vers, eine Stelle aus Jesaja 54, Vers 1 Denn es steht geschrieben Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die, den Mann hat Ja, sie haben richtig gelesen Die du nicht gebierst Oder die du nicht schwanger bist So schreibt Jesaja Andere Übersetzungen formulieren hier Die du keine Geburtswehen leidest Aber warum leidet das himmlische Jerusalem keine Geburtswehen? Weil es nicht belagert werden kann Wenn aber Paulus das himmlische Jerusalem unsere Mutter nennt, dann beschreibt ja bereits Jesaja 54 die neutestamentliche Gemeinde Und das ist auch ein Wunder Kapitel 3.13 Was für ein seltsames Zeichen Bei einer derart detaillierten Betrachtung von Jesaja 7, wie wir sie jetzt unternommen haben, besteht die Gefahr, dass man das große Ganze aus den Augen verliert Lehnen wir uns also nochmals zurück Verschränken die Arme, kneifen die Augen zusammen Und betrachten das Zeichen der Geburt eines Kindes, das den Namen Immanuel tragen soll, noch einmal ganz grundsätzlich Ist das nicht ein seltsames Zeichen? Die Geburt eines Kindes soll das Erkennungszeichen dafür sein, dass eine Stadt nicht erobert wird? Wäre es nicht naheliegender, den Angriff einer Heeresmacht von Gottes Engeln anzukündigen Oder ein großes Erdbeben Oder ein feuriges Schwert, das im Himmel erscheinen wird? Warum soll gerade die Geburt eines Kindes das Zeichen dafür sein, dass Jerusalem nicht von den Assyrern erobert wird? Haben wir uns schon so sehr an die Auslegung der Bibelstelle gewöhnt, dass wir schon gar nicht mehr merken, wie ungewöhnlich dieses Zeichen ist? Zur Zeit Jesajas war es doch nichts Besonderes, wenn eine junge Frau schwanger wurde und ein Kind gebar Das, so argumentieren viele, sei ja eben der Grund, warum man das hebräische Wort Alma nicht mit junge Frau, sondern mit Jungfrau übersetzen müsse Denn andernfalls wäre es, ihrer Meinung nach, ja keine Besonderheit und damit auch kein besonderes Zeichen Dem widerspricht aber offensichtlich der hebräische Begriff Sollte es tatsächlich so sein, dass das hebräische Wort Alma lediglich junge Frau bedeutet, so wäre das Zeichen banal, ja geradezu nichtssagend Weil es ein ganz normales und alltägliches Ereignis war, das junge Frauen Kinder bekamen Es taugt also nicht, um etwas so Besonderes wie die Verschonung der Stadt Jerusalem vor der übergroßen Heeresmacht der Assyrer anzukündigen Alle diese Widersprüche und Ungereimtheiten im Text bekommen aber Sinn, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems am Ende der Tage weiß Und sich dem Text aus dieser Perspektive nähert Denn dann wird deutlich, dass es nicht um irgendeine junge Frau geht, sondern um die junge Frau Es handelt sich also um eine ganz bestimmte Frau, nämlich die Tochter Zion Eben und allein deren geistliche Geburt wird durch Wehen eingeleitet, die durch eine Belagerung der Stadt, durch ein fremdes Heer hervorgerufen werden Eine solche Belagerung steht für die Stadt Jerusalem auch heute noch aus Es ist eine Verheißung, deren endgültige Erfüllung noch zukünftig ist Denn nie in der Geschichte Gottes mit Jerusalem wurde die Stadt Jerusalem belagert und kam danach zum Glauben an Jesus Christus Auch nicht bei dem Pfingstereignis vor 2000 Jahren Da kam Jerusalem zwar zum Glauben an Jesus Christus, aber die Stadt wurde nicht belagert Also steht eine Belagerung der Stadt Jerusalem mit einem Heer, die zur Wiedergeburt der ganzen Stadt führt, noch aus Es ist eine Verheißung, deren endgültige Erfüllung noch zukünftig ist In der Endzeit aber wird sich genau die Situation wiederholen, in der sich Ahas und Jerusalem im 8. Jahrhundert vor Christus befanden Und das ist der fehlende Link zur Ha-Al-Ma, zu der jungen Frau Erst in diesem Zusammenhang machen die Verheißungen Gottes und sein Zeichen an Ahas, sowie das ganze Kapitel 7 im Buch Jesaja Sinn Erst wenn sie in Verbindung zur Wiedergeburt Jerusalems in der letzten Zeit gebracht werden, beginnen sie zu leuchten und ihren innersten Inhalt und ihre prophetische Bedeutung preiszugeben Kapitel 3.14 Jesaja 8, die beiden Söhne Jesajas Im Verlauf dieses Buches werden wir im Propheten Jesaja noch öfter auf das Bild einer Geburt stoßen Ahas erhielt während der Belagerung der Stadt Jerusalem im Syro-Ephraimitischen Krieg im Jahr 734 bis 732 vor Christus von Gott eine Verheißung, die besagte, dass die Stadt nicht eingenommen würde, weil die Schwangerschaft einer Frau und die Geburt eines Kindes bevorstehe Dies sollte ein Zeichen für die Bewahrung der Stadt vor den Angreifern sein Aber nicht allein Ahas bekam eine Verheißung, die von Geburt redete, sondern auch Jesaja In Kapitel 8 redet die Bibel in ungewöhnlichen und geheimnisvollen Versen von der bevorstehenden Geburt des zweiten Sohnes Jesajas In Jesaja 8, Vers 1-4 steht Nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel, Raube bald, Eilebeute Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zacharja, den Sohn Jeberechias Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Raube bald, Eilebeute Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien Jesaja bekommt also in Kapitel 8 eine Nachricht von Gott über die zukünftige Geburt seines zweiten Sohnes Er soll den Namen Raube bald, Eilebeute erhalten So kündigt Gott Jesaja bildhaft die baldige Invasion Assyriens an in der Syrien und Ephraim angegriffen und besiegt werden Das Kind soll von einer Prophetin geboren werden, die die Frau Jesajas war Aber auch diese Geburt, die hier in Kapitel 8 beschrieben wird ist die Geburt eines zweiten Kindes und damit keine Erstgeburt So dass die Prophetin keine Jungfrau, sondern sehr wahrscheinlich eine junge Frau eine Alma war, in direkter Analogie zu Jesaja 7 Denn die Namen der beiden Söhne Jesajas Ein Überrest wird umkehren und Raube bald, Eilebeute Deuten darauf hin, dass sie beide ein prophetisches Bild darstellen Das wie Jesaja 7 in die Endzeit gehört Und nicht in die Zeit Jesu Denn in Jesaja 8 Vers 18 steht Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat Zum Zeichen und Wunder in Israel Vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt Im Einzelnen Jesaja hatte zwei Söhne Der Ältere hieß Shea-Jashub Das heißt, nur ein Überrest wird umkehren Er war in den Tagen des Königs Ahas alt genug, um seinen Vater zu begleiten Als Jesaja dem König Ahas eine Botschaft überbrachte So steht in Jesaja 7 Vers 3 Aber der Herr sprach zu Jesaja Gehe hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jashub Der zweite Sohn Jesajas, der in Jesaja 8 angekündigt wird, heißt Maher-Schalal-Has-Bas Sein Name bedeutet Eile, O Beute Er ist herbeigeeilt zum Plündergut oder zur Plünderung Oder zur Beute eilend ist er herbeigeeilt zum Plündergut oder zur Plünderung Oder wie Luther kurz übersetzte Raube bald, eile Beute Ehe dieser Sohn rufen kann, mein Vater, meine Mutter Wird die Gefahr, die durch die Verschwörung Syriens und Israels Für Judah entstanden war Durch Assyriens Angriff beseitigt werden Diese Verse klingen fremd und sehr unverständlich Und auch diese Ankündigung passt überhaupt nicht in die Zeit Marias und Jesu Denn weder waren damals Israel und Syrien miteinander gegen Judah koaliert Noch spielte Assyrien eine politische Rolle Aber Jesaja 8 gehört ebenfalls in die Endzeit Weil sich erst dann die politischen Strukturen wiederholen werden Die zur Zeit Jesajas bestanden Dazu kommen wir in einem der folgenden Kapitel Vermutlich darf man die Verse aus Jesaja 8 wie folgt lesen Und ich Jesaja ging zu der Prophetin Das ist zunächst die Frau Jesajas Aber gleichzeitig auch eine Umschreibung Jerusalems Die ward schwanger So wie Jesaja zu seiner Frau, der Prophetin geht So geht auch Gott zu Jerusalem Jesaja hatte zwei Söhne Raube bald, eile Beute Und ein Überrest wird umkehren Beide Söhne umschreiben in ihrer Namensgebung genau das Was in Jerusalem in der letzten Zeit geschehen wird Denn es kommt ein Belagerer, der rauben und erbeuten will Dann hat Zion ebenfalls zwei Söhne geboren Einen zu Pfingsten Ein Überrest wird umkehren Und einen zweiten Sohn Raube bald, eile Beute In der Endzeit Einfacher kann man es nicht sagen Jesaja ist mit seinen beiden Söhnen Ein einfaches, aber aussagekräftiges Sinnbild Auf die Stadt Jerusalem In der er, Jesaja, sich selbst befindet Denn in Vers 18 steht Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat Zum Zeichen und Wunder in Israel Ist es nicht mehr als verwunderlich Dass eine solche Häufung von Geburtserlebnissen Oder Geburtsverheißungen in Jesaja zu finden ist Und diese ständig in Verbindung mit Jerusalem stehen? Kapitel 3.15 Israels Koalition mit Syrien gegen Jerusalem In Jesaja 7 wird bekanntermaßen Eine besondere politische Konstellation beschrieben Nämlich der Zusammenschluss des Nordreiches Also Ephraim Mit Syrien Syrien hatte gemeinsam mit dem Nordreich Israel Einen bösen Ratschluss gegen den König in Jerusalem gemacht Um den Sohn Tabeels in Jerusalem zum König zu machen Jesaja 7 Vers 1 Es begab sich zur Zeit Ahas Des Sohnes Jothams Des Sohnes Usias Des Königs in Judah Da zog herauf Rezin, der König von Syrien Und Pekach, der Sohn Remaljas Der König Israels Gen Jerusalem Um gegen dasselbe zu streiten Aber sie konnten es nicht gewinnen Genaueres hierzu finden sie im Anhang In Kapitel 5.6.1 Historischer Hintergrund der Belagerung Jerusalems Diese antike politische Koalition Zwischen Syrien und dem Nordreich Israels Gab es zur Zeit Jesu nicht Und muss deshalb in der Endzeit liegen Wenn die Verheißung, die in Jesaja 7 gemacht wird Vollständig erfüllt werden soll Wie kann es aber sein, dass eine solche Koalition schon einmal existiert hat? Hat sie vielleicht eine endzeitliche Bedeutung? Um das zu verstehen, müssen wir uns erst einige Infos aus dem Propheten Daniel holen Beziehungsweise neu erarbeiten Danach können wir nachvollziehen, warum Jesaja in Kapitel 7 diese antike politische Struktur zeichnet Wie ihre Erfüllung beziehungsweise Neuauflage in der Endzeit sein wird Und welche Tragweite die Verheißung Gottes an Ahas hatte und noch haben wird Dazu also später mehr Schauen wir uns jetzt noch Psalm 48 an Der auch von unserem Thema handelt Kapitel 3.16 Psalm 48 Der Lobgesang der Belagerten Psalm 48 ist ein Psalm der Kinder Koras Er enthält erstaunlicherweise alle Elemente, die wir bislang besprochen haben Dort steht Ein Psalmlied der Söhne Korach Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt Der Gottesberg, fern im Norden, die Stadt des großen Königs Gott ist in ihren Palästen Er ist bekannt als Schutz Denn siehe, Könige waren versammelt und miteinander herangezogen Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen Sie haben sich entsetzt und sind davon gestürzt Zittern hat sie da erfasst Angst wie eine Gebärende Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth An der Stadt unseres Gottes Gott erhält sie ewiglich Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit Dessen freue sich der Berg Zion Und die Töchter Judah seien fröhlich Weil du Recht richtest Zieht um Zion herum Und umschreitet es Zählt seine Türme Habt gut Acht auf seine Mauern Durchwandert seine Paläste Dass ihr den Nachkommen davon erzählt Wahrlich, das ist Gott, unser Gott Für immer und ewig Er ist's, der uns führet Diese Verse passen sehr gut zu den historischen Ereignissen Die in Jerusalem Während der drei Belagerungen im Syro-Ephraimitischen Krieg Bei der Belagerung durch die Assyrer Und bei der Belagerung durch die Babylonier geschehen sind Aber sie passen auch auf die endzeitliche Belagerung In der Jerusalem zur Wiedergeburt kommt Lesen wir den Psalm Vers für Vers Vers 1 Gott ist in ihren, also in Zions Palästen Er ist bekannt als Schutz Denn siehe, Könige waren versammelt Und miteinander herangezogen Das waren die historischen Belagerungen Jerusalems Zittern hat sie, nämlich Jerusalem da erfasst Angst wie eine Gebärende Das heißt, damals schon hat Jerusalem Wehen gehabt Aber sie kam noch nicht zur Wiedergeburt Aber in der Endzeit wird Jerusalem noch einmal in Wehen kommen Wie Jesus das in den Endzeitreden andeutet Und dann wird sie gebären Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth An der Stadt unseres Gottes Das, was sie in der Bibel gelesen haben Und von den Altvorderen gehört haben Das erleben sie jetzt selbst am eigenen Leib Und sie sehen es mit eigenen Augen Sie werden sehen, dass Gott ihnen gegen den übermächtigen Feind Der die Stadt belagern wird, helfen wird Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel Zieht um Zion herum und umschreitet es Zählt seine Türme Habt gut Acht auf seine Mauern Durchwandert seine Paläste Dass ihr den Nachkommen davon erzählt Wahrlich, das ist Gott Unser Gott für immer und ewig Sie danken hier Gott für die Bewahrung Und in der Endzeit werden sie ihren Gott Nämlich unseren Herrn Jesus Christus erkennen Der Psalm ist also ein Lobgesang der Belagerten in Jerusalem Er wurde von den Söhnen Korachs geschrieben Zur Zeit seiner Abfassung Falls er durch Zeitgenossen Davids geschrieben wurde Gab es nicht einmal einen Tempel in Jerusalem Dieser Psalm ist also ein prophetischer Psalm Der nicht nur die drei Belagerungen Jerusalems beschreibt Sondern darüber hinaus den prophetischen Lobgesang Der zukünftig noch in Jerusalem Belagerten Die dann zur Wiedergeburt gekommen sind Und aus ihrer aussichtslosen Lage befreit wurden Mit dem jetzt gewonnenen Wissen Über die Wiedergeburt Jerusalems Ist Psalm 48 sehr viel besser verständlich Kapitel 3.17 Eli Der verlorene Krieg Israels gegen die Philister Zur Zeit Samuels und Elis Und die Wegführung der Bundeslade Sind eine Vorausschau auf die Heilsgeschichte Gottes Mit Jerusalem, Israel und den Nationen In den vorangegangenen Kapiteln sind wir sehr tief in die Bibel eingestiegen Aber wir wollen uns noch etwas mehr mit der Wiedergeburt Jerusalems beschäftigen Und schauen uns im Folgenden noch eine typologische und oder allegorische Passage in der Bibel an Die auf den ersten Blick mit der Wiedergeburt Jerusalems nichts zu tun hat Und über die kaum gepredigt wird In dem hier behandelten Zusammenhang der Wiedergeburt Jerusalems Öffnet sich aber der Text Und zeigt uns ungeahnte Zusammenhänge Beginnen wir in 1. Samuel 4 mit Eli Kapitel 3.17.1 Einleitung Lesen wir zunächst 1. Samuel 4 Dort steht Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf Und lagerte sich bei Ebeneser Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek Und stellten sich Israel gegenüber auf Und der Kampf breitete sich aus Und Israel wurde von den Philistern geschlagen Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo Und lasst sie mit uns ziehen Damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde Da sandte das Volk nach Silo Und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth Der über den Cherubim thront Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes Hoffni und Pinhas Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam Jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen Sodass die Erde erdröhnte Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei Fürchteten sie sich Und sprachen Gott ist ins Lager gekommen Und riefen Wehe uns Denn solches ist bisher noch nicht geschehen Wehe uns Wer wird uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste Seid nun stark und seid Männer, ihr Philister Damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben Seid Männer und kämpft Da zogen die Philister in den Kampf und Israel wurde geschlagen Und ein jeder floh in sein Zelt Und die Niederlage war sehr groß Und es fielen aus Israel 30.000 Mann fußvoll Und die Lade Gottes wurde weggenommen Und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pinhas kamen um Schauen wir uns den Text im Detail an Es scheint ja einiges an Tadel in diesem Text vorhanden zu sein Zum Beispiel in Vers 3, wo die Ältesten Israel sagen Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Die Ältesten lassen die Bundeslade aus Silo holen, um die Philister zu besiegen Und es sieht ganz so aus, als ob der Sieg geradezu erzwungen werden soll Sie sagen von der Bundeslade, dass sie uns helfe von der Hand unserer Feinde Wenn Gott ihnen nicht hilft, dann muss eben die Bundeslade herhalten Sie wurde zu Maskotschen degradiert und entwürdigt In den darauffolgenden Versen sagt die Bibel auffallend deutlich Dass die Lade des Bundes des Herrn Zebaut geholt wurde Der über den Cherubim sitzt Der Mensch kann also nicht über die Lade verfügen, wie er will Sondern Gott selbst ist es, der über der Lade und über den Cherubim thront Man hört also deutlich die Kritik der Bibel an ihrem Vorhaben heraus Vers 8 geht sogar noch weiter Denn als die Philister das Geschrei im Lager Israels hörten, als die Bundeslade eintraf Fürchteten sie sich Sie wussten offensichtlich besser, wie mächtig Gott ist, als Israel Vers 8 Wehe uns! Wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste Ist Gott gezwungen, mit in die Schlacht zu ziehen, wenn die Bundeslade geholt wird? Muss er gleichsam der Lade und den Ältesten Israels folgen? Hing der Sieg an der Gegenwart der Bundeslade oder am Willen Gottes? Wenn Gott keinen Sieg geschenkt hat, woran lag es? Hätte Israel und vor allem seine Ältesten nicht zunächst danach fragen müssen, warum Gott ihnen den Sieg verwehrte, Statt die Bundeslade ins Lager zu holen? Hier wird der geistliche Zustand des Volkes Gottes und seiner Ältesten deutlich Sie sind im Sichtbaren verhaftet und im Eigensinn Es fehlt ihnen der Gottesbezug und die Erkenntnis von oben Jetzt wäre es nicht schwer, einen direkten Bezug zur aktuellen Situation der Christenheit zu ziehen Aber das sparen wir uns Schlussendlich besiegten die Philister Israel Aus Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pinhas, starben Ein Bote kommt, um die Kunde von der verlorenen Schlacht und der geraubten Bundeslade daheim zu verkünden Eli hört das Wehklagen von Weitem Er war 98 Jahre alt, seine Augen waren dunkel und er konnte nicht mehr sehen Zudem war er ein schwerer Mann Er war alt, blind und schwerfällig geworden Und damit nicht unbedingt ein gutes Vorbild für einen geistlichen Führer seines Volkes Mose war anders Er war bis ins hohe Alter noch wach und lebendig vor seinem Gott Als Eli von der Lade Gottes hört Fällt er rücklinks vom Stuhl am Tor Bricht sich den Hals und stirbt Er fällt nicht auf sein Angesicht Sondern er fällt rückwärts Und seine Schwiegertochter gebiert Kapitel 3.17.2 Auslegung Steigen wir nun in die Auslegung der Allegorien und Typologien dieses Textes ein Er stellt ein komplettes prophetisch-heilsgeschichtliches Programm dar Die ganze Begebenheit, also das ganze Kapitel, beschreibt die Zeit des Neuen Testaments Allerdings in alttestamentlichen Bildern Deuten wir Eli prophetisch für den Alten Bund Und die Bundeslade als Symbol für Gottes Gegenwart Entsteht eine Sicht, die uns weit bis ins Neue Testament Und schließlich bis in die Endzeit führt Wie sah Gottes Heilsgeschichte mit Israel und mit seiner neutestamentlichen Gemeinde aus? Skizzieren wir das in Folge kurz und vergleichen es dann mit unserem Text Das ist für uns heute nach 2000 Jahren Kirchengeschichte einsichtig und verständlich Jeder weiß, dass das Evangelium in Israel oder besser in Jerusalem begonnen hat Und von dort in alle Welt gegangen ist In der ganzen Welt sind Menschen Christen geworden und haben an Gottes Evangelium und an Jesus Christus geglaubt Dass die Bundeslade als Bild für Gottes Gegenwart zu den Philistern, den Heiden, entführt wird, ist ein Sinnbild hierfür Eigentlich haben wir hier die heilsgeschichtliche Entwicklung Israels und des Evangeliums in Kleinformat Die Bundeslade geht zu den Philistern Es ist ein Bild darauf, dass Gottes Gegenwart, sein Geist, sein Wesen Von Israel weg und zu den Nationen ging Und sich dort bis heute aufhält Als Gott Israel verlässt, ist der alte Bund beendet Sinnbild für den alten Bund ist der alte Priester Eli Der nach hinten umfällt, sich den Hals bricht und stirbt Der Hebräerbrief formuliert das folgendermaßen Was aber alt und überjahrt ist, das ist nahe bei seinem Ende Hebräer 8, Vers 13 Das ist das, was wir seit Pfingsten vor 2000 Jahren und durch viele Jahrhunderte hinweg gesehen haben Das allein ist schon eine interessante Perspektive dieser Bibelstelle Aber jetzt wird's wirklich interessant Denn die Schwiegertochter Elis war schwanger Sie war die Frau von Pinhas und sollte bald gebären Sie ist ein Bild auf die Tochter Zion, auf Jerusalem Die Schwiegertochter Elis ist schwanger Als sie hört, dass die Lade genommen Und ihr Schwiegervater, der alte Bund Und ihr Mann, tot sind, gebiert sie Zion erlebte zu Pfingsten das Gleiche Sie hörte vom Tod Jesu Christi Gebar vor 2000 Jahren zu Pfingsten einen Überrest Aber sie selbst glaubte nicht Und starb bei der Geburt Gott ging zu den Nationen Und der alte Bund war beendet Denn als die Schwiegertochter Elis hört Dass die Bundeslade Gottes weggenommen worden Und bei den Philistern ist Als Jerusalem vernimmt, dass Gott Israel verlässt Und zu den Nationen geht Als sie hört, dass ihr Schwiegervater, also der alte Bund Und ihr Mann, ein Bild für Christus, tot sind Kommt sie nieder und gebiert Genau das ist in Jerusalem zu Pfingsten vor 2000 Jahren geschehen Jerusalem hat zu Pfingsten Wiedergeburt erlebt Zion gebiert zu Pfingsten Neue Menschen in Christus Die Tochter Zion gebiert zwar Aber sie selbst, Jerusalem, bleibt im Judentum und damit im alten Bund verhaftet Jerusalem wird eben nicht christlich Sondern bleibt im Judentum stecken Und damit stirbt Jerusalem gleichsam geistlich bei der Geburt der Urgemeinde Und die Urgemeinde ist Ikabod Der Sohn ihres Schmerzes Denn die Schwiegertochter Elis gebiert einen Sohn und nennt den Jungen Ikabod Das bedeutet, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel Aber sie selbst nimmt sich dieses Kindes nicht mehr an Die Herrlichkeit ist deswegen hinweg aus Israel Weil Gott Israel verlässt und sie den Völkern der Welt geht Elis Schwiegertochter nimmt sich dieses Kindes nicht mehr an Auch das ist heilsgeschichtlich mit der Tochter Zion geschehen Es gab zwar Geburt, Wiedergeburt in Jerusalem Aber die halsstarrigen Pharisäer und Schriftgelehrten blieben in ihrem alttestamentlichen Glauben Nur ein Überrest kam zum Glauben Und danach ging das Evangelium, im Bild die Bundeslade, zu den Philistern, zu den Heiden Als die Frauen, die neben der Schwiegertochter Elis standen, sagten Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren Antwortete sie nicht mehr und freute sich auch nicht mehr über die Geburt des Kindes Es war ihr offensichtlich gleichgültig Sie hörte zwar noch von der Geburt ihres Sohnes Zion hört zu Pfingsten von der Wiedergeburt tausender Menschen in ihren Mauern Aber Jerusalem selbst nimmt sich dieser Sache nicht mehr an Und sie freut sich auch nicht mehr über diese Geburt Sondern sie lässt ihr Leben und stirbt gleichsam geistlich Die Schwiegertochter Elis nennt dieses Kind dann auch tatsächlich Icabod Nicht Herrlichkeit, weil sie sagte Die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel Denn die Lade Gottes war ab jetzt bei den Philistern Diese Bibelstelle wird erst im Zusammenhang mit dem Thema der Wiedergeburt Jerusalems verständlich Es ist ein großes Geheimnis, aber auch sehr schön, die Bibel so verstehen zu dürfen Diese alttestamentliche Begebenheit, die bislang nicht zu deuten war Bekommt plötzlich ihren geistlichen Sinn Es ist ein prophetisches Bild auf die Zukunft dessen Was heilsgeschichtlich mit der Tochter Zion mit Jerusalem passiert ist und noch passieren wird Uns Christen ist bekannt, was zu Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist Wir kennen die Apostelgeschichte, die hiervon in allen Details berichtet Jedes Jahr zu Pfingsten lesen wir diese Texte Aber jetzt, mit der Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems Werden sogar diese alttestamentlichen Bibelstellen hier in 1. Samuel 4 unerwartet lebendig Das Manko an dieser Art der Auslegung ist Dass heute von vielen Theologen typologische oder allegorische Auslegungen nicht mehr anerkannt werden Man glaubt sich hierbei auf zu dünnem Eis zu bewegen Und das ist tatsächlich so Viele Theologen meinen nämlich, Bibeltexte könnten nur dann wissenschaftlich und damit seriös bearbeitet werden Wenn sie philologisch oder historisch betrachtet werden In dem Moment jedoch, wo die Bibel nicht mehr bloß analysiert, sondern tatsächlich ausgelegt wird Wird die wissenschaftliche Ebene verlassen Damit beginnt dann die geistliche Ebene Die von der Wissenschaft aber nicht mehr erfasst und definiert werden kann Diese Art von allegorischer oder typologischer Auslegung führt also dazu Dass der Ausleger angreifbar wird Weil viele den Unterschied zwischen Auslegung und Interpretation nicht erkennen Bei einer rein historischen oder philologischen Textbearbeitung Meint man zwar über Fakten zu reden Aber der geistliche Mensch wird davon nicht satt Er braucht eine andere Speise Nämlich die der geistlichen Auslegung Genau in dem Moment jedoch, wo die Bibel geistlich ausgelegt wird Wird der Ausleger für seine gläubigen Zuhörer zum Wasserquell Aber für die sogenannten Wissenschaftler zum Narren Warum aber hat Gott die Begebenheit in 1. Samuel 4 in aller Detailtreue in der Bibel überliefern lassen? Gibt es hierfür einen Grund? Warum wird diese Familiengeschichte so ausführlich aufgelistet? Geht es lediglich um moralische Werte? Oder hat die Bibel mehr zu sagen? Wenn es so ist, dass die Bibel eine tiefere Bedeutungsebene hat Dann gibt es tatsächlich keine andere, als 1. Samuel 4 heilsgeschichtlich auszulegen Erst so machen die Verse Sinn Und erst jetzt wird verständlich, warum Gott diese Begebenheit so ausführlich in seinem Wort überliefern lässt Sie hat eine historische, vor allem aber eine geistliche und prophetische Bedeutung für die Endzeit Die Lade kommt erst nach vielen Monaten wieder zurück nach Israel Um diese Stelle zu verstehen, müssen wir uns mit den beiden Zeugen in Offenbarung 11 befassen Aber vorher müssen wir noch einen Blick auf die Entrückung werfen Vielen Dank! Vielen Dank.